Oh meine lieben Freunde, ich bin wieder da! Was da los, was da los, der Killer schlechthin! Godlike Skill! Ihr wisst Bescheid! So, ok. Ich bin gleich wieder da, ja. Ich hol mir eben meinen Kaffee. Ich bin wieder da. Wenn ich bin wieder, ja. Ja. Ich mache das auch viele, gerade das. Ich gehe jetzt auf diesen Punkt. Ich komme jetzt da. Ich habe das. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wer weiß, ich weiß es nicht ist klar ja ja ja, ab und zu hat man das, da ist man dann einmal kurz down und dann im nächsten Moment wieder zack bäm zack ok, das kann auch sein, das kann auch sein du, auf dem Schirm habe ich das nicht mehr, wie das war ja, klar die wären mit Basie reingekommen und Schlagring so, wasser klar boah, hier sind schon zwei Prestige super aber die spielen wir jetzt gegen mich halt, das ne das sind die, die jetzt das ist vom Bud Spencer und die haben erzählt aus welchem Film ist denn das auch noch äh äh ja, aus welchem Film? ich überleg grad ja, ich weiß aber ich komme auch nicht mehr drauf aus welchem Film ja, hab ich letztens, oh äh, so ne ganze Nacht quasi gemacht, wo ich mir die Filme angeguckt hab kann man wohl mal machen ja, ja ja, das habe ich ja auch aber, ähm irgendwie bei diesen Filmen bei der Art vom Film heutzutage ist es so, muss ich sagen äh, die neuen Filme es sind zwar ein paar gute dabei aber keine, die ich jetzt zum Beispiel einen Tag kann ich den gucken und nächsten Tag nochmal weißt du so, das ist nicht nicht oft das ist schon das ist schon das ist schon das ist schon ja, der spielt gut ja, der spielt gut ja, der spielt gut ja, den mochte ich auch schon immer hm ja, ja ja, geht mir ja genauso geht mir ja genauso ja, wenn diese ist gut Dwayne The Rob Jones ey, hatte ich grad der in mir hintergekommen wollte ich grad sagen gibt's gar nicht ja, ja, das stimmt ja, aber auch WIDE ALONG ist auch geil WIDE ALONG ist auch geil WIDE ALONG ja, ich weiß den, den mochte ich wohl auch sehen kann man sehen ich hab doch da grad jemand gehört ja, ja ja, ich mein da ist die Qualigung ja natürlich ich seh das genauso ganz ehrlich ganz ehrlich die Kosten die so ein Film erzeugt die sind ja die sind ja ist auch so was ist das? was geht's? noch kein gesehen? was? warte ich hol mir den erst so zack geht ja wohl so nicht geht ja wohl so nicht Blöhmel halt was ist das? was ist das? was ist das? was ist das? ist das? nütz ihn aber nix der sitzt hauen der vor siehste der wird nicht lang gefackelt hier Das ist schwierig. Man nennt mich ja auch einen Ranger, Heiko. Den hau ich gleich nochmal. Jetzt geh ich hier hin und schnapp ihn. Was mach ich jetzt? Ich werde jetzt erstmal volle Blutzen. Ja, die sollen die ja finden. Ist doch nicht schlimm. Siehste? Ich weiß doch wo die lang laufen. Ach du blöde. Aber ich bin noch der Pandex. Was ist da los? Sterben? Ah, hier ist doch irgendwo einer hintergerannt. Aber wo? Da ist sie. Nee, ich such die Olle. Da ist sie. Nee, ich such die Olle. Will die nicht weg. Im Gegenteil. Wieso häng ich am Baum, obwohl ich da alles komm? thatoria. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, hab ihn. Krieg ihn jetzt auch. Oh, oh, den hol ich mir jetzt. Der ist Futter. Alter, was war das? Komisch. Mann, so'n komischen. Hm. Irgendwie, genau. Ab und zu kriegt das. Ganz komisch. Ja. Vor allem immer, wenn du dann... Ja. 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 Vielen Dank. ja ja Warte! Halt! Warte! 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 Ah! Moin! Ich hab dich, Mann! Schwach! Warte! Hier ist doch ein Großartiges, Mann! Warte! 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 Die hat genutzt. He, durch hole ich meinen Punkt. Schnell da hinner. Alter! Was für ein Bug? Nix da Ich hab gehauen, aber irgendwie hab ich sie nicht getroffen Ich wollte mal sagen, blödsinn Oh, 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 oh! Ja! Nein, 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 du kommst mit, ja, ha, nix da! Ab in die Kiste mit mir! Du da! Ich hätte sie gerne in den Killer gehangen, aber... So, pfff, will mir nicht gegönnt sein. Ja! 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 Ja, ja! 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 Sam! Da! Was ist Luder? Haut da! Einfach! Ab nach dem Motto! Ja, Tschüssikowski! Achso! Das geht so nicht! Oh Mann! Oh Mann! Shit! Aber noch gut! 43.000... Da... ...gönne ich mir auch meinen... ...und 2 Pips! Boah! Angefahren schon 2 Pips! Nice! Das war doch... ...war aber doch gut gespielt! Das war echt übelst krank gespielt! Boah! Es war echt übel! ... ... ... ... ... ... ... Sehen ihr? Nee, nee, mit dem Tor. Ja, mit dem Tor habe ich genommen. Nein! Für die Tore. Ach so. Nee, den habe ich nicht genommen. Ich habe diesen hier. Den? Ich bin im Schrein. Ja, das stimmt. Ja, stimmt wohl. Ja, das stimmt schon. Ich spiele bloß nicht auf Survivor. Alter, das ist das. Ja, okay, das stimmt. Ich spiele bloß nicht drauf. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich spiele bloß nicht auf, das ist es sicher. Und das stimmt. Ja, ich spiele bloß nicht auf. Ich spiele bloß nicht auf. Ja, ich spiele bloß nicht auf. ja ich überlege auch gerade ob ich mich lieber zum schlampelten schlachter aber ja bloß wenn ich blut und nehme und dann schlampiger schlachter kombiniert ist eigentlich nicht schlecht ich habe hier ich habe jetzt hier blut und erregung beobachten zuschlagen mache ich jetzt mal raus dafür den schlampigen schlachter das kombiniert mit dem bluthund ist eigentlich eine geile sache schlampig schlampig Okay. 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 What the district? Okay. Da machen wir die Handschuhe und die... Halt hier, das mit dem Bluten, ja, das passt, ja. Mensch, krass, was ist denn das? Das ist gut kombiniert mit dem Bluthund und schlampigen Schlachter plus das Häufige. Ja, das ist echt gut, stimmt. Habe ich, habe ich. Ja, das ist eigentlich ne geile Kombi, häufigeres Bluten mit schlampigen Schlachter und Bluthund. Bluthund, das ist eigentlich ne geile Kombination. Ja, super. Und ich hasse den, ich hasse den. Krass. Naja, ich meine, manchmal geht es mit dem Devil King, aber meistens sind das echt Arschlöcher. Krass. Naja, das ist echt so. Das ist echt so. Aber ich wünsche mir jetzt ne größere Map, Mensch. Ich mag die kleinen Maps nicht. Ja, aber meistens sind die dann so gut aufgeteilt, die Survivor. Nicht wie bei einer kleinen Map, dass die eben alle so eingehen und du bist grad auf der anderen Seite und dann... Weißverschmein. Hast du das Pech, dass die genau auf der entgegengesetzten Seite was zusammen machen? Das ist die Scheiße. Und dann machst du dich da auf dem Weg und hast natürlich genau den Punkt erwischt, wo die nicht lang laufen. Von daher sind mir die großen Maps lieber. Ja. 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 Super. An die Map habe ich grad gedacht. Das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Krass. Die hatte ich grad in der Hinterkopf. Die Map. Ja. 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 Wenn das heute echt so ist, dass ich bloß an die Sachen, die ich denken muss, dann... Ich denke jetzt grad an 4 Millionen Euro. Okay. Mal gucken. Ja, das ist ja bescheiden, weil ich tatsächlich so nett währung würde von dem 4 Millionen genügend Kohle spenden. Ja. 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 Nie. Ja. Das war's für heute. Aber die Range ist super von dem Beinsteller. Mensch, echt. Kleiner Scheißer, mach die Palette runter los. Er will nicht. Er will die Palette nicht runter machen. Na dann hol ich mal. Mein Gott. Jetzt, ne, meine Fosse. Jetzt reicht's. Ich hol dich jetzt mal. So. Mein Gott. Irgendwann ist doch Schluss. Ich war lieb genug zu sehen. Ja, musste, musste. Ja, der wollte mir ja die Palette unbedingt drauf, ne. Oh mein Gott, du blöder Bitch. Hör dich doch, Mann. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Die blöde Crew. Aber ich hol die mir jetzt. Ich hol die mir jetzt. Ja, ja. Die blöde Crew. Das war ein bisschen... Ungelaufen. Ja, oder? Ja, ja. Na klar. Halt. Na. Ja, ist doch kein Ding. Ich geh ja noch rein. Ja, ja. Ja, ist wohl. Ja, ja. Ja. Ja, das Segel ist in der Hauptbahnhof. Ja. 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 Ah, die Pinnen ist noch schützt. Und hier tanzt auch schon die Nächste rum. Naja, die Nächste tanzt hier rum. Da ist sie. Da ist sie so. Versteißen die Nächste. Nee! Ich sehe dich, David. Alter! Okay, los. Alter, was? Nee, das hole ich mal. Oh, Scheid. Oh, einfach vom Haken verspringen. Okay. Okay. Ja. Stimmt schon. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja, ja. Mach ich auch noch. Mach das noch. Ich hab jetzt keinen Bock drauf. Ich weiß es jetzt nicht. Ich hab keine Ahnung. Mist. Ja, ich wollte gerade die Bonus-Bluepunkte. Ich hab's nicht reingekriegt. Alexa, coilen. Aber die hat doch so eine Stimme, die Alexa. Ja, Meister. Alexa. Das ist doch... Alexa. Kann man die eigentlich auch nennen, wie man will? Ja. Ich glaub... Okay. Alexa. Das wär so... Keine Ahnung. Alexa. Okay. Ja. Wende einreißen, oder was? Bist du am Wende einreißen? Krass. Krass. Was? Das hat sich angehört. Brrrr. Wie? Jetzt meint der Wand. Krass. Da ist der Wendler. Hm. Hm. So. Jetzt werde ich noch bisschen töten. Gucken. Oh. Geh doch schlafen. Ja. Muss ja auch mal sagen. Oh. Faule Gefälder. Jo. Ja. Das kann's machen. So. Okay. Alles klar. Tschüss. Nacht. Oh. 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 Das kann's machen. Oh. 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 aber nicht hier, dass sie kommen jetzt mit. Na, na, na! Was ist so furcht hier? Du meinst so weit war, aber du hast auch mit mir Ihr seid so frech, immer mehr. Hey. Vielen Dank. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 So, zackt. 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 Also, dass sie den Geist gepatcht hätten, keine Ahnung, könnte ich jetzt nicht behaupten. Ich weiß nicht, sieht man mich mehr mit den Augen? Ich nehme jetzt mal eine andere Maske. Der Eisenmann. Weil ich glaube, die Augen leuchten tatsächlich über der Memme. Sieht zwar geil aus, über der Memme, alles klar. Wenn die einen dadurch früher sehen, naja, dann haste nicht viel davon. Tja. Soll ich mal starten hier? Geht doch den Knopf. Starten, oder nicht? Was? Was das kapiert? Oh, du bist eine Logikestand. Was? 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 Mist. Gehreiß noch. Alles klar. Kriegen wir aber ein. Dann machen wir ein Schlachtfest. Ja, ein bisschen Husten Leute, Husten wie am Husten, wisst ihr bescheuert. Vielen Dank. So, jetzt gibt's Schlacht für Est.